Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu DrainCraft, die ist jetzt nicht in der Mitte. So, schön, dass ihr wieder mit dabei seid zum schönsten DrainCraft aller Zeiten. DrainCraft zusammen gepartiert mit Life in the Woods, das wisst ihr ja glaube ich langsam. Mittlerweile haben wir hier ein bisschen mehr Stahl, aber es ist zäh. Hier haben wir jetzt das erste Glas, das ist schön soweit. Das reicht auch erstmal. Was wir jetzt benötigen werden, sind ein paar Diamanten. Denn ist ein wenig Redstone, ist ein wenig Holz. So, wie funktioniert das? Wenn wir die Pipes uns ansehen, haben wir hier einmal diese Basic Pipes. Zum Beispiel, wo habe ich denn hier eine Golden Transport Pipe, die haben wir schon gebaut. Die geht ganz einfach, man nimmt diese zwei Goldteile oder Goldbarren und in der Mitte ein Glas. Also fertig ist der Käse, hat man acht Stück davon. So, das gleiche gibt es auch mit Diamant. Und der Diamant hat dann die, also nicht die Flur, sondern diese hier, die Transport Pipe. Zwei Diamanten und ein Glas in die Mitte. Moment, ich zeige euch das mal schnell, wenn ich sie finden sollte. Ach, was weiß ich, die ist jetzt irgendwo. Ähm, jedenfalls ist die sortierend. Man kann dann in diese ganzen Ausgänge, die man hat, reinlegen, was da rausgehen soll. Der Rest geht dann woanders hin. So, das kann man, wenn man so eine hat, um zum Beispiel Flur zu transportieren, mit einem Sealand machen, wozu man schlicht und ergreifend Kaktus grün braucht. Dann ist das Ding wasserdicht und man kann Wassertransportieren. Das geht auch mit Strom. Nur mit Strom, da funktioniert Kaktus natürlich nicht, sondern... Wo ist er denn? 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 Egal, es ist eine Kinesis-Pipe, die mache ich halt gleich aus Diamant, mit einem Redstone. So, da die natürlich auch unterschiedlich viel transportieren können, je nachdem wie hochwertig die sind, machen wir es gleich aus Diamond und werden uns deshalb hier ein Paar bauen. Ich denke, acht Stück sind ausreichend. So, dann haben wir hier acht Diamond Transport Pipes, kombinieren die mit dem Redstone. Und dann sehen wir, dass das Ding 1024 F pro Dick durchlässt. Das ist schon nicht gerade wenig. So, jetzt haben wir ein Problem. Wenn man jetzt nämlich das Diamond Transport Pipes nimmt. Ja, da steht es. Und die Quarry anschließt. Dann sieht man, dass es sich verbindet. Cool, muss ja bloß noch die Wind mit draufstellen. Ja, und dann ist genau das. Arschlecken funktioniert nicht. So, ich zeige euch gleich warum. Wenn wir jetzt nämlich mal gucken. Es gibt hier eine... Wo ist denn das Holzding? Da. Wooden Transport Pipe. Extraction Pipe steht drunter. Eine Extraktions... Ein Extraktionsrührchen, was man aus Holz baut. Ist nicht teuer, aber ist notwendig. So, das ist ein Wooden Transport Pipe. Jetzt denken wir uns von der Logik hier. Okay, wenn ich das Ding mit Redstone kombiniere, müsste ich eigentlich Strom transportieren können. Perfekt. Und wir sehen, es gehen 320 RF pro Dick durch. Wenn ich jetzt das Wooden Kinesis Pipe nehme und hier dran setze, verbindet es sich. Und wenn ich da auf die Windmill setze... Tada! Und ich bin ein Idiot. Ich sollte das Ding hier mal deaktivieren, sonst baut es mir nicht gleich die Bude ab. Also, ihr habt gesehen, so funktioniert das. Das ist die Idiot. Das ist die Quollen in meinem Haus, Alter. Scheiße. Ach ja. Also manchmal frage ich mich echt, Cesar? Bist ein Idiot? Was machst du hier überhaupt? Ich brauche eine Glasscheibe. Randalierende Quollen. Ich hätte da nur irgendwo Glasscheiben. Er, die geht öfter mal zu Bruch bei mir irgendwie. solche schlauen Aktionen. So, drauf mal. Ist da irgendwas abgebaut? Irgendwas Schlimmes abgebaut? Ja, die Blumen hat abgebaut. Da war ich jetzt nicht. Was hab ich so im Inventar? Hm. Ich kann jetzt die... Nee, die kann ich nur in so einen Hook dran setzen. Aber der Hook ist weg. Dann nehmen wir mal diesen komischen, diesen komischen Bamboo hier weg. Das ist eh. Ugli. So. Ja, das war echt wieder eine Leistung sondergleichen. Die Quollen im Haus zu bepaunen. Wie blöd bin ich eigentlich? Ich kann mich jetzt wieder aufregen hier. Ja, da ist das zum Glück heil geblieben. Gut. Jetzt zeige ich euch dann mal das Ganze hier im Live-System. Das heißt, wir haben die Diamond. Das passt. Wir haben das andere Ding. Das passt auch alles. Zehn Kisten dürften auch ausreichen. Wir werden die jetzt nicht so nötig groß machen. Ich möchte euch noch einmal zeigen, wie man denn einen Radius mit diesen Landmarks hier absteckt. Und die Landmarks sind ganz einfach eine Redstone-Fackel und ein bisschen Lapis drüber. Ich zeige es euch schnell, wenn ihr eine habt. So, eine Redstone-Fackel, weiß ja jeder Mensch, es geht darüber. Ein Lapis, kriegst du ein Landmark raus. Sprich, so ein Ding hast du dich für... Also, um alles machen zu können, brauchst du drei Stückchen, drei Redstone und drei Lapis und dann ist alles glücklich. So, hier zurück. Schauen wir mal, wo wir abbauen können. Ich werde hier auf jeden Fall mal diese Treppe verwenden. Ich weiß nicht, ob ich gleich anschließend abbauen will oder wie ich es mache. Dann gucken wir mal. Hier würde es sich eigentlich schon anbieten. Ich gucke mal schnell, wie es mit anderen Biomen aussähe. Wenn es hier nämlich eins gäbe, wo Sand und so weiter vorhanden wäre, dann würde mich das auch freuen. Aber ich glaube, das hier ist alles reiner Birkenwald. Ich glaube, die ganze Map ist so. Na schon. Wir linsen hier mal kurz drüber. Obwohl, ich bin ja nicht gezwungen... Nee, warte mal, warte mal. Wir gehen uns mal die anderen Sachen angucken, die ich in Müskraft gebastelt habe. Ich weiß bloß nicht, ob die anderen Sachen auch Ressourcen beinhalten. Das ist nämlich nicht gesagt, dass jede Map, die man hier hat, auch Ressourcen hat. Kommt es ein oder andere Mal vor, dass es nämlich keinen hat? So, dann ist das Buch. Das ist im Wald wunderbar prächtig zu finden. Welch prächtig zu finden das Buch. Na ja, sieht man mal. Ach, da geht es schon ein bisschen runter. Will ich nicht runterplomzen hier. Wäre unsexy. Wir gehen jetzt mal kurz in das letzte Buch, die Nummer 6. Da weiß ich nicht mehr, was das war. Nummer 6 war scheiße. Okay, verstanden. Nein, nicht ganz scheiße. Das ist im Prinzip ein überirdischer Neter. Weil man hat hier Sonnenlicht und alles. Die Neter-Festungen und die Spawner und sowas sind alles wie im Neter. So, gleich mal das Quad mitnehmen. Was wächst denn da unten? Das Wurzel? Oh nein, ist es. Das war eine optische Täuschung. Ja, das ist eigentlich ein angenehmerer Neter. Mit Kühen und Schweinen. Ne? Kann man das. Muss man jetzt nicht unbedingt haben, aber kann man das. Und man hat hier Weakness drauf, okay. Das heißt, im Kampf ist das hier ein bisschen schwieriger. Dann gehen wir mal in die 5. Ich glaube, die 5 war nicht gerade so daneben. Also eine Welt konnte man noch abfarmen gehen. Ach ja. Zum Glück sind hier nicht 300.000 Viecher über mich rum. Ist ja alles Sandstone. War das die, die Ressourcen hatte oder die, die keine Ressourcen hat? Ist ja ernsthaft ein Garst unterwegs? Wenn die mir das Buch zerdeppert, habe ich ein dickes Problem. Nichts wie Back. Okay, 5 war es dann aber auch nicht. War es dann vielleicht die 3? Da war doch eine, wo ich in so eine Schlucht dann reingeguckt habe und gesehen habe, was an der Seite Ressourcen zu finden waren. Na ja, man sieht schon, die Random Welten sind das meistens nicht so der Bringer. Man kann da schon ein paar verwenden von, aber es ist eigentlich besser, wenn man Seiten davon findet. Aber wie wir hier sehen, sehen wir auch keinen Moosecraft Dungeon. Das schaut aus wie so ein kleiner Steintempe. Jetzt gehen wir mal stu in diese Richtung. Das sieht mir jetzt aber gerade nicht so aus. Okay, und es gibt garstiges Getier. Ne, das ist auf jeden Fall auch nicht. Na ja, dann gehen wir halt wieder in unseren vertrauten Birkenwald rein. Da habe ich jetzt auch kein Problem damit und bauen dann nochmal ein bisschen weiter ab. Weil in den 0 FPS Hain möchte ich nicht nochmal zurück. Der war dann nicht gar so toll. Hieppi! Hieppi! So. So, da war das Bruch. Ne, nichts wie zurück in den Birkenwald. Die anderen Bücher sind ein bisschen scheiße geworden. Die Nummer 4 ist aber brauchbar. Okay, doch. Gut, der ist jetzt auch nicht perfekt, weil da hat man Blitzeinschläge und so weiter. Aber jetzt, ja. Au! Olle, du Sack! Oder weg, ich geh'n! Oder ich schmeiß' die in der Oberwelt an, weil wir wollten sowieso eine Mobfalle bauen. Ich schmeiß' die bei uns direkt an. Dann zeig' ich euch nämlich auch mal, was man mit den Dingen auch noch Schönes machen kann. Das zeig' ich euch mal. Ja, genau, das machen wir da. Dann kann ich nämlich da gleich laufen und dann können wir daraus eine Mobfalle kreieren. So, 10 Minuten. Ich muss eine Sache vorher machen. Es tut mir leid, dass es in der Auffolge, in der Aufnahme passieren muss. Ich muss einmal die Map sichern. So, dafür geht ihr in euer C-Users Benutzername rein. Dann habt ihr ein Punkt L-I-T-W-R-L, Live-in-the-Woods-Ordner. Dann habt ihr einen Games-Ordner. Da ist ein Live-in-the-Woods-Air-Basic drinnen bei mir jetzt. Und dort habt ihr den Saves-Ordner. Genau diesen müsst ihr dann einmal rauskopieren. Oder packen oder was auch immer. Halt einmal eine fixe Kopie von anlegen. Ich mache mir da immer mit 7-Zip-Cons einfach ein kleines Archiv davon. Wichtig ist, dass die Welt gerade nicht im Zugriff ist, damit alles wunderschön funktioniert. Oh, die Map ist schon 147 MB groß. Okay. Okay, das Ding ist gleich erledigt hier. Wenn man es packt, dann verschwendet man nicht gleich so viel Platz. Und dann kann man sich nach und nach seine Save-Games sichern. Und ist dann auch auf der sicheren Seite, dass das alles passt. Von Zeit zu Zeit solltet ihr auch den ganzen Ordner einfach mal sichern. Wenn irgendwelche Probleme sind, zurückspielen. Dann habt ihr genau euren Stand. Und es ist immer wichtig, bevor ihr irgendwelche Aktionen macht, wo ihr euch nicht sicher seid, wie sich das auf dem Map auswirkt. Ich weiß jetzt nämlich nicht genau, was passieren wird. So, jetzt ist er fertig. Wenn ich jetzt das Teil da unten in der Höhle. Könnte sein, dass ich mir damit jetzt nämlich brutal die Lecks reinhole, wegen Light-Updates. Und mal schauen. Normalerweise baut man es dann zu, das Ding, und dann geht es eigentlich. Ja. Spiel? Hallo? Hallo? Gut, dass ich noch ein Save gesichert habe. Ne, Minecraft ist weg. Ach, blöd. Blöd, blöd, blöd. Ja, starte ich mal neu. Programm schließen. Ja, ihr seht jetzt mal kurz nix. So, das Ding ist auch noch running. Oh Mann, falls euch sowas passiert, geht in den Task Manager rein und haut den Prozess... Javav weg. Javav weg. Javav, so, gut, das beenden. Fui. So, den Live in the Woods Launcher wieder herholen. Und dann haben wir das doch gleich wieder. Mich wurde auch des Öfteren gefragt, wie installiert man Live in the Woods? Das ist eigentlich relativ trivial. Ihr könnt euch die Setup runterladen. Und... Okay, jetzt kommt er langsam wieder. Und dort in den Einstellungen sieht er eigentlich alles. Man kann nicht viel umstellen, ist das blöde. Also er haut es immer unter C-Users rein und so. Aber es funktioniert. So kann es sein. Jetzt seht ihr auch wieder was. Jetzt muss ich nochmal schnell rüberziehen auf den anderen Bildschirmen. Oder was ich jetzt auch irgendwie mitbekommen habe. Gronkh spielt das wohl auch. Und hat ein Modpack gebaut auf der Humans. Das wurde mir zumindest hier in den Links von uns in den Kommentaren mal gesagt. Welches Mann wohl auch... Ist der Technik Launcher? Irgendein anderer Launcher da? Damit geht es auch. Da habt ihr dann sogar mehr Mods drinnen als ich hier in diesem Fall. Mit Live in the Woods. Und laut Kommentar ist da jetzt wohl auch Trankraft drin, oder? Wäre auch eine Möglichkeit. Ja, ich pute das Ding mal hoch, ne? Schön, interessant. Ja, ja, dann kann ich mal was hier euch vorlesen. Also, auf meinem schlauen Zettel licht den zwei Gericht hier drauf, die ich mal ausprobieren möchte. Einmal das Chicken Goombo und einmal das Chili in Klammern Extreme. Das muss wohl sehr, sehr gutes Essen sein. So. Habe ich jetzt einen Black Runt? Ja, ich habe einen Black Runt. Mein Willen Krücher hier geht. Jo, ich... Oh. Ich weiß, hier ran, der ist weg. Der ist weg. Sehr schön. So. Meine Fresse. Das ist Minecraft. Das ist die reale Shit hier. Das lädt der Dreck, sagt die Map nicht mehr, oder was? Na, jetzt geht mal was anderes hier auf. So, das brauchen wir gerade nicht. Mod Options. Okay. So. Läuft wieder. Hui! Kleiner Schockmoment. Aber alles ist gut. So, wir müssen schnell in die Eier gehen. Ich will mit euch nur noch schnell die Quarier aufstellen. Also, es ist jetzt nicht so extrem dramatisch. Aber ich möchte mal zeigen, wie es funktioniert. So. Wir müssen da dann bloß die... Ähm... Ich will hier unterirdisch laufen lassen. Weiß jetzt nicht, ob ich genug Chinesis Pipes habe. Ich zeige euch auf jeden Fall mal das, was ich euch zeigen möchte. Ja, da kann ich ein bisschen raushauen. Das ist okay. Gehen wir ein bisschen runter. Da ist die Schlucht. Da müsste er nämlich nicht so viel weg machen. Seitdem die Mob verlieren die Schlucht mit so reinbrezeln. Das ist ziemlich viel Lava. Ganz toll finde ich den Bereich jetzt nicht. So, wenn ich die Quarry hier aufstelle, müsste ich ja tief genug sein eigentlich. So, wir machen uns zuerst mal ein bisschen Platz für die Quarry. Muss jetzt nicht so viel sein. Und dann messt ihr einfach ab, wie viel ihr haben wollt. Wir brauchen... Das Wasser geht acht weit. So, dann haben wir die Wand. Dann eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und noch einen mehr gleich. Und die acht. Dann einen Wasserkanal mit der Breite zwei. Und dann nochmal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So, ihr müsst jetzt einen mehr nehmen. Das ist dann einfach ein Grund für. Da, wo ihr die Fackel draufstellt, da kommt ja der Rahmen drauf. Und, ähm... Ja, das würde ja sonst nicht reichen. Zack. Dann in diese Richtung nochmal. Haben wir dann eins... Zwei, drei, vier, fünf... Sieben, acht. Eins, zwei. So ist das Granit. Und dann nochmal. Eins, zwei, drei, vier. Fünf, sechs, sieben, acht. Einen mehr auf den neun. Kommt dann die Fackel drauf. So, darum braucht man eigentlich bloß drei. Dann einmal mit rechtsklick drauf. Dann seht ihr, dass sich das verbindet. Passt, passt. Dann holen wir uns jetzt den Platz für die Quarry. Das wäre hier. Und ich kann nichts mehr aufnehmen. Das zeigt wirklich doch gerade gar nicht alles. Dieses Item habt ihr gerade nie gesehen und das auch nicht. Dann brauchen wir... Reolüt ist okay. So, die Quarry muss jetzt genau da dran gestellt werden. Genau, schmeißt das Gold weg. Wir haben es ja. Schwupp. Tja, tja. Dann noch schnell die Fackeln einsammeln. Jetzt sieht er auch genau, dass der Bereich so groß ist, wie ich ihn definiert hatte. Und nicht irgendwie anders. Jetzt können wir mal gucken, ob das Ding auch unterirdisch funktioniert. Ein Windrad. Dann könnten wir den jetzt nämlich hier schon mal aushöhlen lassen. Und während er das macht, brutziert er sowieso noch keine Items. Ja, ein bisschen Strom kommt durch. Diese roten Blüppel, die ihr da seht, das sind im Prinzip die... ähm... Ja, Zerstörungsanzeiger. Das heißt, der Bereich, der jetzt eingeschlossen ist von dem gelben hier, der wird komplett zerstört. Und ihr kriegt keine Items davon. Äh, müsste ich glaube, der kommt ein bisschen hoch raus, oder? Ne, mal überraschen lassen. Ja, dann könnte ich jetzt dann nochmal die Verkabelung so machen. Das heißt, wir werden die Hände dann hochgehen. Was, die Wände nicht so funktionieren, hätte ich nicht gedacht. So, ganz einfach, einfach. So. Machen wir hier. Das ist die hier so drauf. Das ist meine Spitzhacke schon wieder. Wie ne Güte. Ich habe jetzt noch fünf. Also brauche ich eins, zwei... drei... vier, fünf. Mal gucken, wie viel Strom rauskommt. Wenn es so schlecht ist, kann ich es hier umsetzen. Scheint aber gerade so zu sein, dass er da nicht sonderlich nervig ist. Die haben wir verbaut. Dann kommen jetzt die Wurden hier einfach einmal drauf. Wenn man es im Freien baut, kann man dann alle Seiten von den Wurden, die Windmills draufbauen. Das ist dann kein Stress. Jetzt ist er wieder, ne? Profi, profi, profi. So, und jetzt müsste er eigentlich... Jetzt seht ihr, dass eine Vielzahl von roten Blübels rauskommt. Das heißt, die Windwheels hauen wirklich auch raus, was sie sollen. Perfekt. Jetzt müssen wir hier dann bloß noch die Sortierung machen. Im Normalfall macht man das so, dass man sich erstmal eine Kiste hier hinstellt, guckt, was drin landet und das, was man nicht haben will, gibt man dann nach und nach in die Diamantpipe als Müll. So. Dafür nimmt man erstmal die normale Diamantpipe, setzt sie hier dran. Und dann kommen die Goldpipes. So. Und so würde ich die jetzt in diesem Fall machen. Und dann kommen die Kisten. So. Für den Anfang baue ich jetzt einfach mal hier zwei Stücke hin. Und danach kommt dann hier die Voidpipe drauf. Und dort wird dann rausgefiltert, was man nicht haben will. Habe ich? Ja. Ich habe zum Beispiel Granit dabei. Sprich, ich nehme jetzt die Voidpipe, setze sie oben drauf. So. Und jetzt sehen wir, da ist die weiße Farbe mit, dass er sie verknüpft hat. Das heißt, die weiße Farbe, Granit brauche ich zum Beispiel nicht. Wird zerstört. So. Das ist eigentlich alles. Dann muss man hier nur noch rauskommen, dann ist alles gut. Äh. Muss ich noch ein bisschen aufklopfen hier. Okay. Jetzt haben wir die Quarry hier aufgebaut. Dann seht ihr, wie das Ganze funktioniert. Dann können wir es auch noch. So, wir haben hier noch basteln. Quarry ist eigentlich schon, ja, machen schon viele. Könnte sein, dass ihr schon alles wisst. Aber ich wollte jetzt einfach mal mit euch von Null auf hochziehen. Ja, und da sehen wir, dass wir doch ein bisschen zu hoch rauskommen. Das Gräuelloch machen wir dann einfach da vorne zu. Fertig. Und ihr seht hier also die, ähm, diese paar Windräder, die hauen schon ordentlich Energie durch. Das ist nicht zu vernachlässigen, was da rauskommt. Die schöne Kohle. Ich habe so viel. Ach, das ist immer schön, wenn sie so loslegt. Dann würde ich jetzt mal gleich ein bisschen Erde holen und oben zu machen. Dann haben wir hier dann gleich die Monsterfallen-Vorlage fertig. Schön, gefällt mir. Da bin ich nämlich ein bisschen bammelt davor, wie ich das mache, ohne dass ich da wirklich Jahre um Jahre in einer Höhle verbringe. Und das ist die Quarry genau das Richtige dafür. Und können wir nämlich im Anschluss schlicht und ergreifend die verschiedenen Etagen einziehen, wie wir das für richtig halten. So, dann gib mir mal zwei Stacks. Fast. Ja, der dürfte da jetzt nicht wieder bei rumkommen. So, wurde er uns jetzt hier aufgefräst. Da nicht, da auch nicht. Da fängt es an. Okay. Dann ziehen wir das jetzt hier einfach auf dieser Höhe hier zu. Und drunter ist dann die Monstrosität in Falle. Und ich überziehe gerade. Egal. Da hatten wir einen kleinen Minecraft-Absturz in der Mitte. So. Man sollte immer gucken, dass diese Quarry-Löcher, wenn die in einem Map oder in einem Bereich sind, den man sonst auch benutzt, dass die dicht sind. Und nicht Licht reinbekommen, weil man sonst doch Probleme mit Lacks bekommen kann. den sogenannten Light-Updates. So. Das müsste hier eigentlich dicht sein, ne? Ja. Alles zugebaut. Dann würde ich jetzt hier mal ganz flussig anfangen. So nach und nach. Wenn man bedenkt, dass jeder dieser roten Püppel ein Block ist, der zerstört wird. Da geht was. Bauen wir ein bisschen was weg. Oh, dann können wir dann nämlich die nächste Kistenfolge hinsetzen. Da der Bereich jetzt nicht so extrem groß ist, den ich da abgesteckt habe. Sollte da jetzt auch nicht so extrem viel rauskommen. So, plop, plop, plop. Wunderbar. Dann habe ich noch drei Doppelkisten. Ideal. Könnte man noch darunter setzen, aber komm, was soll's. Vier Kisten reichen fürs Erste. Ja, ich baue den Weg hier mal nach hinten, ein bisschen aus. Dann komme ich hier nämlich auch gleich wieder durch. Man könnte dann auch die Sortierung zum Beispiel so aufbauen, dass man ein wenig guckt, in welchen Kisten welches Material landen soll, was man dann behalten möchte. Sieht jetzt reinregnen. Das heißt, den oberen Bereich hat er schon komplett freigelegt. Und es ist schon ein bisschen Fläche. Also es ist jetzt nicht zu unterschätzen. Könnte man dann zum Beispiel eine Kiste speziell dann für die, ähm, ja, für die Amanten zum Beispiel machen, oder für Eisen und so weiter. Und hat dann alles gleich ein, ein, an einem Ort. Da müssen wir dann noch eine kleine Leiter nach unten bauen, aber ja, das sind jetzt dann, das sind jetzt dann, das sind dann Feintuning-Maßnahmen, nichts Gravierendes. Weil ab hier wird es dann anfangen, dass der Abgrund kommt. Also ich hatte gehofft, dass das ein bisschen schneller jetzt geht, aber ja. Egal, ihr habt ja gesehen, wie eine Corridor noch aussieht. Das heißt, ich lasse die jetzt einfach laufen und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ich bedanke mich sehr fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns das nächste Mal hier bei eurem Lieblingsprojekt. Natürlich wieder. Gell. Bis dahin, macht's gut. Habt eine schöne Zeit. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Ciao, ciao.